Wie gesagt, so ungefähr einen Kilometer oder sowas vor der Frontlinie oder vor der markierten Zone für FOP, dementsprechend Halt machen. Ja, so verstanden. Ja, Zugführung, hier ist nichts gekommen. Wird. Zu rein hat sich ein ziviler Bus mit eingereitert in den Koroi kommen. Überholen möglich kommen. Ja, Quatsch, schwierig kommen. Ja, vorne mal langsamer. Ja, vorne hoch, wir sind wieder dran, links weg, kommen. Ja, Simon. Ja, 1 Geschwindigkeit ja normal. Ja, Führung für 1. Wird. An der Markierung ab, Beobachtungshaltung, wenn man dann stoppt, wird hier eingezeichnet. Ja, 1 startet rechts ab. Wird. Nach Frage, soll ich in derzeitige Anstellung bleiben oder soll ich mit Konvoi bis FP aus dem Posten anschließen kommen? Anschließend bis außen posten, danach rechts am Konvoi vorbeiziehen oder respektive am Schluss des Konvois die Freifläche mitsichern. A-Check habe ich mitgegeben. Achtung, Planung 1 steht jetzt. Achtung, Planung 1. Ja,91 unitat. Was liegt schon in 01? Ja ja. feind feind 68 grad circa 300 circa 400 entfernt nähert sich dem compound fahrzeug besatzungen absitzen fahrzeug besatzungen absitzen von wiesel dann einmal nach ost an die freifläche ran dort stellung beziehen gegebenenfalls feind bekämpfen wenn in sicht führung hier um die kommen wird die frage feuerfreugabe kommen feuerfreugabe unterstützen sie wiesel dingo fahrzeugen fahrzeugen klaus an krüger klaus albert du sollst nicht über die freifläche rennen aus dableiben dableiben die frage ist die frage ist die freifläche gerannt fahrzeugen klaus wiesel klaus 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 Verstanden. Der Kalver, hier. Ja, Kalver hört. Frage auf der Führung zum Feind kommen Dingo sowie Puma im Feuerkampf Richtung Nord-Ost Geil, kann mir mal einer sagen warum der jetzt hier, oder? Ayewuki, ich bin selbst Puma, das rombische Klau Ist die Frage wer? Frage auf der Führung zum Feind kommen Demons Wundverbindung Krüger wäre das Äh, keine Ahnung Müssen wir noch unter Kontrolle kriegen Und die Fördler? Bei wem saßt der denn drauf? Der saß beim... Sunvox Der Klau ist noch da? Ja, ne? Ja Gut, perfekt Ich glaube die 9 Daniel Krüger für Baker Baker? Daniel Krüger, ja Frage warum bist du da rüber gerannt? Äh, ich habe nur gehört absitzen, deswegen Ja, absitzen ist absitzen, aber nicht laufen Wenn kein Feind kommt, dann werden wir noch weitere Einschläge hatten Ja, ich wollte kommen Wieder zurückkommen Ich mit Angefrag Wir weichen aus in letzter Stellung Ja, macht das Ihr fordert uns an, sobald Feind wieder im Vorfeld ist Äh, Trennung Feind, Richtung UOS 731 Feind, Richtung UOS 7171 Mann, du bringst mich immer zum Schwitzen hier Silberschuld, wenn du dein persönliches Workout so wählst Du weißt noch, ich bin auf Action aus Ja, an alle Teile aufpassen, zivile Kräfte im Einsatzgebiet Adrien hat sich Adler für Wookie, kommen Adler, Adler Adler, Adler Adler, können Sie die Kräfte ausf- äh, äh, ausfändig machen, kommen Adler Negativ, äh, soweit keine Fahrzeuge in Sicht Äh, minimal Infanterie, aber ansonsten nichts weiteres Damit haben Sie ungefähr Position der Infanterie zur Weitergabe an, äh Adler Ja, Zugführung ungefähr, Kalle Hört Ja, guck mal, und Dingo, jetzt Richtung UOS 831, wenn kein Feindkontakt So steht Ja, perfekt, äh, Container runter und dann Obten, komm ran Oh, ich hatte gerade einen kleinen Bierschnaussetzern Na, san, BRT, hier links ans Haus ran San, BRT, links, links, links Das ist rechts, Daniel Ahhhh Warte mal kurz, ich nehm den mal kurz So, alles klar, klar Entschuldigung für meinen, äh, Kollegen Äh, der hat gerade Oh, ich kann den gar nicht bewegen, was denn da los? Scheiße, ist was eingeschlagen, RPG Ja, wo geht hier? Ach, Mann Äh, hier, Grimm, Puma geplatzt, Puma geplatzt Wir haben jetzt die Möglichkeit, dass der Adler da mal aufräumt vorne, der deutsche AT-Beschutz Adler, Adler, mitgehört Hat mitgehört Ach, Dürken, das war nicht vergessen Ach, Dürken, das war nicht vergessen Okay, äh, Wiesel, einmal hier zum Gebäude Herr Becker, hier, Grimm, Keiler, Fahrt gerade nach dem Sanjan Wiesel Wiesel Nach Nord, auf geht's Auf geht's Auf geht's Los, 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 los Sprung, sprung, sprung Entschuldigung Wir haben einen Feind auf Ost Wir rücken 200 Meter Richtung Nord Dann Feuer Klaus, auf geht's Nach links Klaus Auf geht's Bei geht's Ja, reich dort Stellung beziehen Ja, Feindnahmereich, 105 50 Meter Wiesel, wir rücken vor Richtung 110, 110, auf geht's Eins geht, 110 Achtung, Keiler, sind jetzt auf der linken Flanke beim Frack Frei gehen Frei gehen Frei gehen Wir ziehen hier vorne Stellung auf 80 Der Rest sucht sich einen Baum Sicherung Richtung Ost, Freifläche Da brauch's nicht, gib mir lieber Deckung, auf 60, auf 60 kommt der Besuch rein Seh's nicht Ich sehe auch nichts Ich sehe auch nichts Ah, jetzt 60 Feind geworfen Wie ist es für Adlerkreuze? Hört Er bekämpft ca. 2 Infanterietrupps neu am weiten Vorraum Äh, wir scannen noch weiter und spielen und nehmen noch mehr raus Also, ich bescheid Also, mit Also, mit Ah, Keiler, Friere Wiesel, komm an Ah, Keiler Wir haben Feind weit auf 70, könnte wirken mit, äh, Dingo, komm an Ah, Feind auf 70 Grad Weit bei den Gebäuden Ah, nur bekämpfen, wenn wirklich getroffen wird, ne? Seht ihr den Feind? 70 Grad Da hin Negativ Da hinten Zwischen den zwei Gebäuden laufen von links nach rechts Ah Ich sehe auch Ich gehe Ernst Gebäude ran, Feuern frei auf Feind 120, auf geht's Äh, Negativ, die 120 nicht einsehbar Ja, das sind irgendwelche Hütten Äh Reicht die mute, da es schießt, ähm, aus blau ich weiß nicht ob das einer ist warte mal ich gucke positiv feind zwei mann oh scheiße ok ok 4 wiesel der soll bloß hierher kommt ok 4 wiesel feuer auf rauch 136 feuer auf auch 136 unterdrückungsfeuer wenn es geht auch 136 ok wiesel lösen wiesel lösen schwenkt nach ost schwenkt nach ost hinter keiler her negativ sind eigene oder zumindest sind auch eigene im südosten wir sind schon eigene da vorne kann ich dir nicht genau sagen guck erstmal dass man wieder an keiler rankommen das war links von den meisten hoch Achtung RPG RPG Puma reicht aus Puma reicht aus Rückführung für Adler Hört Zeltkontakter 5 von 3-Trupp-AW-Unterstützung kommen Prüfe mit Keiler warten 4 1 schlage jetzt Südost rein Keiler Meldung machen braucht ihr Unterstützung da vorne oder nicht Wir haben jetzt hier Stellung im Wald Rand Richtung 105 gezogen bekämpft Feind anrückend aus Südost Du guckst doch nicht nicht Flugführung hier Wookie kommen Hört Wir reparieren Meldung 3 Kommen Atenot zurückverlegen dort Reparatur container dort Reparatur vollständig möglich Kommen Dies hatten wir vor Dies führen wir durch Wir melden mich wenn wir wieder finden Kommen Also mit Ende ok wir rücken parallel vor 1 40 auf geht's an die geschwindigkeit von keiler rechts anfang geht alle verwiesen kommen links von eurer flanke parallel mit wie gesagt nur dass du weißt wir parallel von euch linksseitig wo ans gebäude genau geradeaus richtung 1 15 ran 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 zwei man links krimlo kroppen links klaus ich rechts kontakt 170 der weitkante fünf meter erst mal links rum erst mal die gebäude sichern sauber krimlo kroppen linksseitig gebäude 104 renn und ja grimmlok erstmal gucken dass das gebäude sicherst dann primärgebäude grün direkt voraus ist hauptziel bis dorthin vorschlagen gebäude sichern im gebäude setzen erst auf eurer seite wurde gemeldet da kommt von links von ostern was der muss da nochmal prüfen ok klaus darüber linksseitig wo seid ihr zurzeit sind vorgerückt gucken sie tab nach da sie ist unsere position feind direkt schießen schießen direkt voraus feind 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 45 bis es für art bis lört krimlo kropp braucht dich hier Jo, ich komme zurück Richtung Bord, wir warten hier drauf, weil wir uns kein Zugkopf So, nochmal Outlaw Ja, schließt mich langsam an Meldung wiederholen, Outlaw Gesicht Bin dran, warte Achtung, links Zwieler Bus Ja, hier einzig machen, wie wir plant weiter, nehmen das grüne Haus Ja, so mit Status Ähm, gelb Gelb Ja, bis durch Danke Okay, wir rücken weiter nach rechts Aufstehen Und rechts rum Einmal Richtung grünes Gebäude, eigene voraus Keiler Füßel, kommmann Ja, Keiler Aber Wiesel setzt sich jetzt im grünen Gebäude fest Ja, eins, Gebäude genommen Wo siehst du da ein grünes Gebäude Ja, so mit, wir haben jetzt vor unserer Halle, blaue Halle markant, von da dritt im Moment noch Feind an hinter der Halle Ne, die sind zu Sieht's hier oben aus Äh, sieht soweit feindfrei aus, ich glaub keiner hat den Druck geworfen, den wir dem Ja, die haben wir noch antreten, den Feind hinter der Halle Äh, bis Feind Richtung Süd, 154, Erzernung, ca. 300 Meter Aber kämpfen Ja, auf der Straße, ja Auf der Straße, bei der großen Kuppel da, Richtung Süd Feind jetzt von links nach rechts, jetzt auf Straße Mindestens acht Mann Scheiße, Lade Ja, hier eins, wir kommen vom Gebäude aus, nicht öffnen, wir kommen runter Ja, komm runter, komm runter Ja, komm runter, komm runter Zugführung für A Ah, Süd, dann Hört Lauf rechts, lauf links da Ich lasse mich durch die Luftabwehr, man per Zirk, ja, nordöstlich Ich schrifte dich auch gar nicht Geben und Meter eurer Position, äh, Heckrotha ist ausgefallen, wir sind A-Typ Also mit Lade Lade Mindestens noch drei, links ab zur Kuppel Entfernung, Entfernung, ja, 50 Meter Ja, achtung Da Ach, A-Typ Daniel, für dich, 1-5-5-1-5-5 naja trupp gegebenenfalls vorrücken gegen den falls vorrücken wenn schlecht treffen wir haben immer noch 155 ok warte ich guck gleich mal ob du bist so weit dicht oder ich bin so weit dicht hat mir noch vielen gerade gedrückt also auf jeden fall sind sie denn die leben noch diesen beide vorne zumindest einer rennt jetzt auf keiler zu warum auch immer ja wer auch immer gerade auf keiler zu läuft zurück umdrehen zurück in unsere richtung da klaus weiß ich nicht wir rücken links vor wir sind auf dem grünen haus als daniel alles klar wird einer fehlt noch klaus ja der ist runter zu keiler gerannt bleib mal hier ja ich hab links wir haben die sichtkontakt verloren weil wir stark unter beschluss krim kommt mal rüber ich hab ihm gesagt er soll daus einmal bitte zurückrücken ok krimler kommt mal hier rüber verarzt warte krimler kommt mal hier haltet ihr mal sicher rum ich hab gar nicht so 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 ich hab auch mein Auerleck ah keiler verwiesel kommen ah alles gut ja alles gut ja ja dann bitte den überblick über das quäschzelt verloren wie sieht es momentan aus ja wir haben jetzt Sekundometer rechts von euch wir würden jetzt weiter vorgehen auf Wasserturm das ist gar nicht gut klar somit da hat man bisher da hat man bisher gut äh niedergekämpft rückt mal vor wieviel Arzten uns gerade erst machen nicht weglaufen nicht krim bleibt da ihr könnt los ihr könnt los wir haben schon ne Kontrolle ja was ist denn los warte warte jetzt äh Klaus du solltest nicht mal eigenversorgen du Klaus knimmst du mich gleich um ja äh wie sieht das bitte an hier aus ach du scheiß ja Junge 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 Klaus einmal hier links ins Gebäude rein Klaus komm mal mit komm mal mit komm mal mit genau ihr macht das zusammen perfekt halt dann halten wir hier kurz ja Hoppen sieht nicht gut aus Achtung gibt's Algen im Vorfeld Kaila kommt von rechts rein Hoppen ich geb dir ne EP ja muss man ja nicht mal auf hühlen drücken naja ja 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 kurzes Lageupdate für euch äh feind bisher zwei Gruppen eingerückt aus Süd Südost äh feind bisher geworfen da hab ich mit äh wir haben die östlichste Flanke jetzt äh vorerst dran also mit ich weiß nicht habt ihr es mitbekommen äh Adlers angeschossen wurden Heckroturmarsch äh Luftabwehrstellung wir wissen auch auf der Hauptstraße 155 ja eigene wie gesagt Kaila von rechts nach links hoppen du bist durch ja also auf die Arme und ran komm mach ihn dicht Daniel Daniel ja du musst ihn dicht machen ja medic system und dann schön auf die Körperteile bandage sowohl jawohl ähm wo waren die feindliche äh Luftabwehrstellung ja weiter Richtung Süd ähm wahrscheinlich noch weit hinter der Stellung ähm scheiße UGL schlägt hier ein Achtung mach dein Puma weg guck mal zurücksetzen guck mal zurücksetzen mach was ordentlich haut dran scheiße wo kommt das her wo kommt das her unbekannt wo raus geiler habt ihr irgendwie ne Ahnung wir haben mit UGLs beschossen wie bescheuert hier bei uns ist wer schlägt am Asiatur sofort Geht aus der Tür raus, hier vorne. Andrücken nach Fein, 20 Grad. So muss ich erst mal aufstehen können. Vielleicht erst mal liegen. Aus kriegst du erst mal Blut. Not erster Stock, Hoppen. Erster Stock. Kannst du mal oben gucken? Ja, dem geht nicht zu. Ne, oben links. Andrücken nach Fein, 20 Grad, Nordost. Du bleibst hier unten, ich gehe mit hoch. Wo ist er denn da, Klaus? Bleib mal steht, nicht immer wegrennen. Da ist gerade einer nach rechts laufen. Nach rechts? Ja, nach rechts. Klaus, mach dir mal den Zernicky ab vom Bein. Ah, Wiesel, von wo kommen Feinden kommen? Feinden nochmal Richtung? 20, 0,20. 20 Grad, 0,2, 0. Überlässt man Blut rein, Klaus? Ja, Kant. Frage, in unsere Richtung kommt. Nord, Nord, Ost, markant, große Lagerhalle. Komm, Nord, Nord, Ost, markant, große Lagerhalle. Da links in der Lagerhalle. Bleib mit. Info, Keiler, jetzt aus Richtung Süd. Wir sind auf Wasserturm. Jetzt auf 40. Kommt immer näher. Oh ja, ich bin. Weitere Feinde hinter der Fernehalle. Keiner, kriegst du das mit. Lagerhalle, 30 Grad, feindliche Kräfte. Was spritzt denn du dir da immer, Klaus? Erst haben wir dann eben auch viel. Nein. Also. Blutdruck entsprechend tief. Ja gut, du hast doch kein Blut drinne, deswegen kann ja auch nicht viel Druck da sein. Ich gebe doch immer Blut. Was sagst du? Ein Feind auf Nord. Da ist doch kaum Blut drin. Da kann doch kein Druck entstehen. Lass mal das Blut durchlaufen und keine Medikamente mehr geben. Wir haben abgetaucht. Somit warte, wir essen, was hier gerade ist. Klaus, wie geht's? Ja, weitere Kräfte am Gebäude. Ja, keine Sicht mit zwecks Raum. Ja, mehrere Kräfte, 40 Grad am Gebäude. 40 Grad, Gebäude, rechtseitste Lagerhalle, mehrere Kräfte. Ja, die sehen wir von hier in den Ost. Die laufen nach West ab, nach Süd-Ost. Nach Süd-Ost? Äh, Feind läuft nach Süd-Ost ab. Ja, weil er irgendwo rauskommt. Das dachte ich ja eigentlich, ne. Ja, aber okay, gut, du hast vor dir einen Baum, ne? Ich weiß. So, jetzt kann ich bei dir, Klaus, warte, dauert 45. Ja, wenn sie es machen. Ja. Ja, geile Fiesel, kommen. Wiederhole, dein Feind. Und dann. Warte, du musst ein Feinfeuer aus Rufzee? Keiler für Wiesel, kommen. Ja, Keiler hört. Frage, habt ihr den Turm gesichert, kommen. Ja, Turm gesichert, hier, jetzt vor dem Turm gelbes Gebäude und sichern da in Richtung Nord in eure Richtung. Stürfung, fahrt. Ja, perfekt, da kommen immer wieder Kräfte rein, nehmen wir uns immer wieder unter Feuer. Ja, hört, Bartler. Äh, Informationen oder nochmal erfolgreich, Reparatur erfolgreich, Adlers wieder on Station, Frage, was ist der Status gekommen? Äh, Feind rückt an, aus Nord. Ja, aktuell immer wieder anrücken, der Feind aus Nord, beschießt du uns ständig mit UGL oder Mörser. Ähm, sind aktuell in der Bekämpfung. Ist durch. Alles verstanden. Frage, braucht ihr Unterstützung gehabt? Ja, muss ich prüfen. Ja, ich danke. Ja, Kalle, verhandelt. Was, da ist, von Engel, kommst du ab, Daniel? Ah, Daniel, Daniel, komm mal zurück. Ja, das haben wir ihn gemacht, hab ich nicht. Ja, in von all, wir haben so Bewegung Richtung Ost. Ah, da ist er, nee. Ja, da ist er, nee. Ja, da ist er, nee. Jawohl. Ich kann nur von hier unten keine Sicht gehabt. Ja, da schlagen ständig UGL sein bei dir, deswegen. Hoppala. Weit Nord-Oost, rechts von der Holslagerhalle. Okay, wir rücken mal vor, komm mal mit. Wir freuen sich, komm mal mit. Oh, ja, da sind sie alle, guck mal, feuer, feuer, wunderbar. Ja, Gruppe, Unternapportionen Richtung Ost, markiert auf Siebterm. Können Sie das machen, jetzt, äh, mit Gelb, mit Weiß und Brauch markiert? Ja, machen Sie dann nicht so viel Kontakt, äh, in der Arbeit. Ah, hier eins, ach, und das Feinbeschiebungen mit Flairs. Ja, die sind tot, die sind tot. Ah, scheiße, von links kommen die noch, oder? Ja. Wookie, Wookie, für Wiesel. Könnt ihr den Feind Richtung Nord wirfen? Richtung Nord. Negativ, können Feinde nicht Richtung Nord werfen. Feind kommt ebenfalls aus Südost, Ost. Na, fast zum Zingel, komm. Scheiße, Feinde im Nahbereich, kommt den Hügel hoch. Hier in Richtung. Genau Nord, genau Nord. Keiner für Adler. Adler, Adler, Richtung Nord im Wald. Ja, nein. Bitte Feuerunterstützung. Keiner zur Sportposition, mit Rauch markieren. Nichts weiß darauf, äh, wir werden alles andere positionieren, wir kämpfen müssen. Break, break, break. Adler, Adler, für Wiesel, komm mal. Ja, wir werden unterdrückt, wir können nicht mehr wirken. Richtung Nord, unsere Position, feindliche Kräfte. Feuer frei auf den Wald, nördlich unter Position, Feuer frei. Leute, ich brauch gar nicht. Ich hab eine eigene Position mit Rauch markieren, das ist unmöglich. Das gründe Gebäude, äh, ja, verbrechen. Ja, Weißer Rauch auf Freifläche Richtung Nord, dahinter, alles Richtung Nord, feind. Das ist ein Gruppe, das stand sich klar, muss frei, die sind schon da lange an, die sind in den Hügel hoch. Ab. Ja, perfekt, genau das hinten in dem Wald. Ja, Info für Atem, da hat keiner mit blauem Rauch markiert. Verstanden, Keiler. Achtung, Feindfahrzeug, Feindural, 60 Grad, wer kommt? Oh, scheiße. Oba la. Status Update, eins beginnend. Eins drüben. Wiesel für Adler kommen. Hört. Bitte eigene Position mit blauem Rauch oder anderer Farbe markieren, kommt. Aber den Zellig, die erhaltung ist, dann gemacht. Prüfe, hab keinen blauen Rauch dabei. So, auf hier, grün, grün. Wiesel befindet sich aktuell in der Ortschaft, östlich von BP Delta. Keiler befindet sich südlich von BP Delta. Alles nördlich davon, aktuell Feind. Also, verstanden. So, Ab. Status Update durch, zwei, wie sieht's aus? Steu rum und dann? Steu rum und dann? Steu rum und dann Raula. So, ganz so. Keiler, für die Riesel kommen. Raula. Raula. Ja, Kalle. Status. Wir halten jetzt im Entstellung, äh, ja, legen wir mal weiter vorgehen Richtung Kampner. Ja, ist zum Mitten. Problem ist halt, wir müssen auf jeden Fall diese Zone hier sichern, damit wir hier unseren Schrittpunkt errichten können. Feind, drückt immer noch Ost-20, wir haben das Haus schon weiter raus an. Ja, also, wir machen auch Richtung Berg, Richtung Nord, da drin Bussen, Feuer und, äh, bekämpft, der Feind hier drauf. Also, mit Adler, Feuer frei auf alles, was infanteristisch nördlich ist, Feuer frei auf alles, was infanteristisch ist. Also, verstanden. Wookie für Wiesel, Status. Ja, äh, Wookie, 100% kommen. Frage, können Sie wirken auch feind, kommen. Dies tun wir bereits. RPG, RPG. Alles gut, gegen vorbei, gegen beiden. Antrag, äh, Wookie, könnt ihr südlich der Position Kailer verlegen und dort nach Osten vorstoßen, um besseren Einblick zu kriegen, kommen. Ah, jetzt, äh, verschieben Richtung Kailer und, äh, in, äh, Osten in Stellung gehen, so richtig kommen. Ja, das Antrag, wenn Antrag schwach sind, dann Meldung. Warten Sie kurz, wo, ich prüfe dies. Zuführung hier, äh, Wookie, kommen. Nört. Äh, Antrag meinerseits, schiebe mich die rechte Flanke von Kailer, äh, Südost oder der, oder dein Antrag ist, dann hier zu kommen. Ja, so mit, dann Ausführung, kommen. Ah, geht los. Wookie, Ende. Ja, Adler für Wiesel, kommen. Adler hört. Frage, können wir uns den Überblick geben, wie viel Feind gerade um uns rum irgendwie noch sichtbar ist, kommen. Bitte warten, Triften. Äh, immer Feinde nachzieht, sag ich mal, oder nachschickt. So, also. Zeitliche Tropfen. Pass auf, Adler, kurz Lageupdate für euch. Adler versucht jetzt ständig, da Richtung Nord ordentlich reinzuholzen. Wir haben jetzt Puma verlegt nach Südost, äh, südlich der Flanke von Kailer. Die sollen dort Sicherung aufbauen und unterstützen, damit wir uns hier lösen können und dementsprechend weiter Richtung Kraftwerk verrücken können. Ja, das Problem ist, äh, wie bräuchte ich beim Munitionsbauschub, ich hab noch drei Magazine. Äh, Feinde, Define, Kontakte im Nordöst, lief von euch in der Stadt, äh, so wie auch bis Nord-Ost, sieht auch bis Nord-Ost. Was für ne, was hast du denn? 436, wir haben alle dieselbe Woche. Frage, Bekämpfung möglich, kommen. Ich hab ein bisschen mehr mitgenommen. Daniel, wie viel hast du noch? Ich habe noch, warte mal, noch ein Stück. Ein Stück, okay. Wollte reichen. Ja, ich, ja, komm. Okay, gut, dann nimm hier. Oh, das ist der eigene, der da schießt, das ist der Robben. Ja, ist wieder, wieder, wieder scheiß Nord-Ost, scheiß Nord-Ost. Raus aus dem Gebäude jetzt erstmal, wenn ihr da keine Einsicht habt. Äh, dann. Ja, hab ihn erwischt. Was für ein Stress. Daniel, äh, ja, Daniel und der andere, äh, Mountain Salmon. Ich hab, ich hab grad den Namen vergessen. Klaus. Der andere jetzt nochmal. Klaus. Klaus, Tart. Ah ja, genau, Klaus und Daniel, all stopp. Es war, ja, okay, all stopp, Becker, wo sollen wir hin? So, wir schieben uns jetzt auf einen Fall Richtung Kyler. Ja, hier, Mugi, äh, das heißt, wir verschieben. Ja, hier, Mugi, äh, Mario, Kyler ist von uns aus 70, oder wie? 150, genau. Wir bewegen uns in der Richtung 150. Alles klar, so, los. Auf geht's, raus hier. Eins geht, 150. Kyler, hier, Mugi, komm. Frei geht. Hoppen, muss man kurz weggehen. Gut. Frei geht. Ah, Wiesel. Okay, gut. Ja, Adler frei für sie. Äh, Kyler frei für sie. Äh, okay, für Kyler. Hallo. Ja, wir bewegen uns jetzt weiter. Man trifft sich Richtung Süd in ihrem Rückraum und nehmen Alte den Weg wieder auf Richtung Kraftwerk. Ja, wir sind dicht hinter euch, UG. Ah, Trennung, äh, Wiesel schließt jetzt auf, auf Position Kyler, ähm, Position hier aufgegeben, äh, gehen jetzt wieder auf. Alte Route verfolgen euch, Kyler, komm. Komm, Tempo machen, runter von der Freifläche, runter machen von der Freifläche und auf geht, Tempo, Tempo. Hört. Information für sie, äh, Nicht nach rechts ausbrechen. Äh, äh, Größtenteils bekämpft und auch sehr vereins sind sporadische, auftretende Kontakte. Trimlock, komm mal von der Straße runter, rechts rüber. Red heißt, wir werden ATB-Informationen next Ziel, äh, Kraftwerk gesichtet, zwei BT-80, sowie T-72, sowie, äh, Ka-60, die bekommt damit Raketen. No. Äh, äh, ja, würde vorschlagen, sie machen sich wieder, äh, wieder da, so eine Vorbewegung, um dann. Ja, somit, wir brauchen sowieso ein bisschen länger durch infanteristische Bewegungen, wahrscheinlich noch mindestens 10, 15 Minuten, bis wir überhaupt da sind. Wiederholen. Verstanden, also, das ATB-Informationen. Sicht auf, auf Kyler, ich laufe jetzt rechts an den Puma vorbei. Ne, 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 bleib mal hier. Genau da an der Kreuzung halten, ja. Sind wir uns zu nah drauf. Puma sichert jetzt liegtseitig, wir sich in rückwärtig. Äh, für euch kurz zum Lagerupdate, äh, Aufklärer, also, Adler hat mitgeteilt, Primärziel aufgeklärt, mindestens vier Panzer, T-80, T-72, äh, Ka-52 Kampfhubschrauber, ähm, dementsprechend Adler munitioniert auf, ähm, kommt dann zurück. Wie gesagt, sobald Kyler sich weiter in Bewegung setzt, werden wir weiter mitgehen. Und, und, ja, die sind, die sichern die Gebäude, das heißt, wir können jetzt weiter rücken, einmal hinterher. Ja, eins geht. Nein, geht. Zwei geht. Ah, vier ist dran. Hm, na, fünf geht, Trupp geht. Also, dem, dem Grimlock tut das Laufen nicht gut. Äh, äh. Der hustet immer so. Ja, Krim, pass mal auf, dass du nicht auf Höhe von dem Puma läufst, weil nicht, dass der einen Schwenk nach rechts macht, dann wirst du platt. Ja, Wookie aufpassen, Wiesel läuft rechtsseits von euch. Hab ich mit Wiesel rechts von euch. Guck mal, dass ich parallel mit dem Puma laufe. Ja, einfach dem Puma den Platz lassen, dass er rechts ausscheren kann. Also, mit. Mann, war das wieder eine Aktion. Hab ich auch nicht gedacht. Äh, aber das Haus hat einfach so böse Erinnerungen nachgebrochen. Ja, ja. Scheiße. Kannst du nicht sagen, ich wurde durchsiegt, das weiß ich was. Ne, du hast UGLs mit den Zähnen gefangen. Keiner wiederholen. Herr Klaus, bereit? Ja, wir haben uns schon in der Erdgebäude sind nicht geklärt, ne. Hätte man ja nicht gedacht, dass sie direkt schon vor der Hügelspitze rumordnen. Ja, es ist so mit. Hast du Blick auf Keiler? Ja, die sind südürstig von uns. Perfekt. Was sind die Genshin-Marsch-Trainer? Ah, nein, das sind die, die das volle harte Workout machen. Ja, Lokalkultur. Wenn da schon die Pressemitarbeiter so geduckt laufen, puh. Das sind die Rekruten von den neuen Taliban. Na, Gott sei Dank gibt es hier keine Taliban, wo man in Finnland sind. Oh. Mhm. Oder was los? Keiler für Wiesel, komm an. Ja, keiler hört. Wir sind bei euch, so der Munitionsstand. Ah, eine Mine. Ah, Buki für Wiesel, komm an. Ja, hört. Habt ihr zufällig Munitions- und Sanitätskisten an Bord? Nein. Kein. Dann werde ich euch wahrscheinlich nachher missbrauchen müssen, für einen kleinen Transport von der Fock zu uns. Ja, ja, eigentlich, was hat der Keiler verloren, ich verkannte Martin Cooper. Frage von der Fock, komm. Ja, positiv. Weil wir uns, wird wahrscheinlich dann nachher, bevor wir das Mainziel anlaufen, die Munition ausgehen. Ich bin gerade irgendwie, glaube ich, Platzien, ob man gehört, oder? Links, links, links. Ah, wie verstanden. Stopp. Ja, machen wir so. Ja, Keiler, brauche auf jeden Fall MG5 Munition und auch noch mal AK417-460. Ähm, geht extra heißen. Ähm, ein Klaus noch mal zu dir. Frage, wie ist die Mediziner? Ja, zu schon, hier. Ja, ist verstanden. Danke für die Klärung. Kein Problem, Adländer. Ja, Keiler, Wiesel, bruchte Unterstützung, kommen. Ja, Moment, Feind und Feind, wir erklären. Wie ist es, Fjord? Wie ist es? Ja, Information für Sie, äh, Weißenrauch bei Delta gesichtet, vermutlich Feindkampf, da kommen. Ja, also mit, ähm, Keiler steht gerade in Feuerkampf mit Feind. Negativ, Keiler ist circa Kilometer weit weg davon, das ist, äh, Richtung Nordwesten. Oh, scheiße, Delta, okay, alles klar, ja, das wird hoffentlich, äh, Wookie klären können. Äh, verstanden, wir checken, dass man auch was auf geht, kommt. Erzennotabschwache mit Wookie und gegebenenfalls Unterstützung leisten. Verstanden. Anwenden. Haben Sie weißen Rauch gerade ca. östlich von euch gesichtet? Verstanden, möglicherweise Feindkontakt bei DELTA, Informationen zu Sie kommen. Ende Mediode. Ende Mediode. Ende Mediode. Ende Mediode. Das ist nicht gut. Ende Mediode. Ende Mediode. klaus kommen wir rücken richtung 110 sehen können manche gute positionen wir können eigentlich hier bleiben na wo die aufpassen aufpassen feindliche kräfte noch voraus richtung us ich verstanden feindliche kräfte richtung us ich sehe da nix ich auch nicht die antrag könnte dort bei der ha-barriere oder bei dem bei dem graben stellung munitionskisten abladen kann wiederholen sie letzten funkspruch bitte da wo jetzt steht für die die kisten abladen mit aufholen insidieren können realis in puma drin so ok warte 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 vorsicht rückenhof 98 da die bäume bis dahin vorrücken dort stellung beziehen auf geht's geht jeder ein stück weiter links von uns so der odin ist ja schon bei uns kommt mit der odin die riesen sein warum runter käpfe runter ja aufklären aufklären stopp 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 links 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 rechts feinkontakt ja korrekt 20 was haben wir denn noch so infanterie auf 120 wie es links aussieht kann ich einsehen ich habe ein schiff und diese fabrik die ausschalten erwarten siehst du einen weiteren auf 120 oder ist allein jetzt gerade gar nicht warte mal ich bin gerade ein stückchen weiter raus wenn ich komme zu mir müssen wie gesagt da steht davon erster wache wird uns nicht bemerkt kann dafür wiesen kommen gar keine aus doch allen sehe ich in feiner frage wie sieht es aus wir hätten jetzt stellung bezogen könnten feuerkampf führen und einrücken eure status kommen negativ ich sehe auch nach wie vor nicht warte klaus kann man rückst du gleich ganz am vorn musste musste aber nicht ja ich habe gerade nur ein hat sie markiert richtung nord für adler den siehst du auch wenn du dich hinwegst den sehe ich nicht das grasbohr wie gesagt der steht da vorne gleich 150 jetzt frage ist er bereit zu meinen rücken in die in die stellung oder nicht kommen ja ich schlag vor dass wir jetzt erstmal adler anfordern für hartzelle bekämpfung ja wie gesagt also klaus hat er die waffe hochheben dann nehmen wir raus ja hinter uns fährt ein traktor ach scheiße 72 grad feindlicher schütze grad äh nicht einsehbar von meiner position naja krimlock feuer frei auf den feind wir haben ebenfalls motorboote auf Wasser Ost feind bekämpft ja motorboote Ost gemeldet ok klaus krimlock bis zu diesem baum vor griechen gucken dass ihr mich mehr aufklären könnt auf runter griechen wir können jetzt aus richtung nordwest auf kraftwerk links von euch einmarschieren da sind schützen auf dem dach auf 100 habt ihr irgendwelche schützen oder sonstig was soll ich die rausnehmen schützen auf den hinteren schiff auf dem heckebereich also mit erst mal alle feinde bekämpfen wir mussten feuer öffnen wir haben ein feinde nahe bereich rück das richtung aus auf unsere stellung zu ach und das hmg auf dem betongebäude ist auf jeden fall bemannt hmg ausgeschaltet und schützen daneben auch ja wuki für wiesel wiki könnt ihr im sprung an den komplex ran unter unserer sicherung sportlich aber ja möglich auf unserer rechten seite umlauft uns rechtsseits und dann ran ans compound ja ich habe die beiden ich habe das hmg und den schützen daneben ausgeschaltet ja das ist keiler ne keiler schießt links aufpassen wuki rückt jetzt rechtsseits vor primäre feuer richtung ost aber links ist das compound da sehe ich noch weniger ein scheiße der läuft links laufen schützen rein feindliche laufen links in compound rein er kämpft von keiler hat im norden feindliche hartziele markiert und um bekämpfung gebeten durch die adler kommen verstanden bearbeitung ja adler markierung auf ctab bis jetzt neun Uhr bis zur straße messen seien zwei hartziele und weitere ziele auf dem seemotorboote andere verstanden bearbeitung wo war das irgendwo drinnen ja da ist ja auch 63 63 63 grad zwischen den silos durch dahinter hinter den sandzecken das ist momentan erstmal adler die bekämpfen der adler ist htb das war ein bisschen viel dufter ok wiesel wiesel wir rücken ab richtung 135 135 wuki hinterher auf gehts also mit rücken auf eurer position nach ja mich bitte frage sollen wir auf sie warten oder bei der vorrücken negativ vorrücken vorrücken kommst denn nicht drüber stacheldraht durch 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 wahrscheinlich kann man die auch nicht sprengen doch mit dem drahtschneider ne stimmt die sind nicht beschädigbar wiesel wo seid ihr 135 ab die sind weiter vorgerückt richtung 40 da sehe ich doch wuki kailer für wiesel kommen kailer für wiesel kommen kailer für wiesel rücken ab richtung west kailer für wiesel rücken 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 vor 22 grad linksseits von dem von den hallen also mit 22 grad kailer für wiesel rücken immer noch da hinten Klaus wir sind genau Richtung O ist im Compound Achtung links seit Skyler Dokumente ich habe Dokumente gefunden ja lass sie liegen links seit Skyler glaube ich ja links seit Skyler muss ich aufpassen Scheiße linksseitig vom Turm irgendwo also bis zum nächsten Gebäude ran da ist noch einer awuki wir ziehen westlich eure Position nach da habe ich mit wir verschieben uns weiter östlich seit Skyler bei euch ist ein Fahrzeug kann das sein das ist der Trecker das ist der Trecker kein Gefahr ok Klaus Langsam ran soll ich dann rechts nicht richtig einsehen ja ich muss mal kurz ein Morphing geben äh Wiesel hier auf Wookie kommen ja ich hab schwor verletzte Kameraden äh Anfrag äh auf äh San kommen scheiße ja ausgefallen oder nur verletzt ja nur schwer verletzt kommen ja dann verschieben sie nach west äh wir haben das Compound auch gleich gesichert gleich verstanden wir verschieben uns der Compound Eingang sieht sicher aus Keiler für Wiesel Status ja wir haben die mit der Bretterschopen schutz gesucht müssen erstmal einen ausfallen versuchen eigene 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 aufpassen compound noch nicht gesichert trotzdem auf den turm hoch ich habe schon sicher sicher hier einzig habe ich hier mehrere gefangene sicherstellen können wir hier wo gekommen dass sie mit last erst mal da drin oder finden wir mal sicherung auf primäre sicherung richtung nord da kommt immer wieder feinde ran wieder ansatzbereit also wieder habt euch ja ich habe vergessen das ding sein wir haben feind einrücken aus nord nordwest könnte ich ja dementsprechend stellung bringen entweder auf die silos oder sonst ja aber hart ist ja nichts aus ich habe heute ein schlechtes gewissen das hast du erst gut geschafft das wird alles nachgesteuert habt euch mal jeder so ein tippie hier ich brauche zumindest leute die mir diese heilis hier anfliegen ja noch ein stück war davor adler hinter euch der zaun das ist da ja eigentlich haben wir eine rekommission mit dem geurteil da war das ist mal los Okay, also. Ja, so mit. Ich biel Soldaten Rudi mit, da der sich gerade 5.5 Uhr Cigarettenposse angemeldet hat. Ja, so mit. Ja, so mit. Ja, so mit. Ja, so mit. Rinn, rinn, rinn. Auf geht's. Boarding, boarding. Boarding. Boarding, bing. Komm, hoppen. Ab. Wenn du mir sagst, wie ich weiter vorkomme... Na, Wiesel sitzt drauf. Und auf geht's zu vorkommen. Na, Wiesel. Na, reinkommen. Wir haben noch eine ZSU. Was? Wir haben noch eine ZSU. Kann ja gar nicht sein. Wir haben so eine gute Lufthaffe, die hat hier die Luftweiter gekämpft. Also von daher... Wir haben noch eine ZSU. Wir haben noch eine ZSU. Wiederspray. Vielen Dank.